Über Schach, das dann eben über den Busch-Geduld mir eine spezielle Kamera erwiesen ist. Das ist eine Zeitverschmutzung. Das ist aber die Italiener, sieben Minuten später. Sie sagen, du kennst ihn nicht. Hättest du da drin? Das ist so gut. Genau, da tue ich schon ein bisschen die Busch-Geduld. Aber es ist ja auch nicht hektisch. Also Google. Das ist ja auch nicht hektisch. Das ist ja auch nicht hektisch. Und sieben hier. Das ist ja auch nicht hektisch. Da sind ja auch nicht hektisch. Und sieben hier bei diesem Zeitpunkt. Vielen Dank.